Hallo zum 8. Dezember. Es ist wieder Zeit ein Türchen zu öffnen und ich möchte noch auf einen Kommentar von V-Rocks eingehen bezüglich dieses nicht ganz so... ja auf jeden Fall zu diesem Sandgleiter der ja tatsächlich sehr blau ist und blau ich fand tatsächlich die Farbgebung auch nur so semi gut. Passt aber farblich sehr gut zum Kalender und vielleicht auch zum Gemütszustand derjenigen die den Kalender entwickelt haben wer weiß vielleicht ist er deswegen blau ich hätte ihn in braun so wie man ihn vielleicht aus der Original Trilogy kennt auch schöner gefunden aber okay hey so ist das nun mal es ist Lego dann kann man das schon mal verkraften. So auf jeden Fall öffnen wir jetzt dieses Türchen das ist die Nummer 8 und dann gucken wir mal was wir heute kriegen. Oh das ist schnell erledigt also wieder einmal ein schnelles Türchen. Na kommst du her. So. Ja ich glaube da kann ich mir die Aufbauanleitung gerade so noch sparen das glaube ich kriege ich gerade noch so hin irgendwie aber gerade so es wird schwierig ja das war schon ein echter Kraftakt und ich bin tatsächlich überrascht gerade weil normalerweise sind ja diese wie beim Stormtrooper auch die Köpfe meistens immer so die normale gelbe Form und damit setzt man einfach nur die Maske drauf. Bei dem hier bei diesem Tusken ist tatsächlich hier unten komplett der das ist der komplette Kopf also da ist nichts irgendwie gelb versteckt sondern das ist ein speziell gegossener Kopf für Tusken. Findet der auch total super hat er gerade gesagt habt ihr gehört. Also heute einen Tusken der kommt dazu und wenn ich das Bild hier an der Seite gucke dann habe ich so das Gefühl dass wir hier noch ein Tusken Katapult bekommen werden da freue ich mich schon drauf dann können wir nämlich hier das E-Web-Geschütz gegen den Tusken antreten lassen. Das wird bestimmt ein spannendes Match Tusken gegen Sturmtruppler. Aber nicht heute. Heute nur den Tusken. Gut und dann gucken wir mal vielleicht haben wir Glück und morgen ist ein Mischleuder dabei. In diesem Sinne habt einen schönen Tag kommt gut durch diesen Tag und dann sehen wir uns morgen zum 9. Dezember. Bis dahin. Rossignancese Paul credibility 從 glaubens concert ernst 따 Ө